Willkommen bei Deutschland suche den Superstar! Ja moin, ähm... Ja, du, dann stell dich mal vor, wie alt bist du? Und wie heißt du? Hallo, ich bin Chantal. Ich bin 17 Jahre alt. Ich geh noch zur Schule. Also ich bin in der CMB, bin auf Hauptthule. Eigentlich könnte ich auf Finansium gehen, da ich eh immer schwänze, aber egal. Und ja! Und ähm... Ich sing das Lied von den Gummibären. Ja, dann gib mal los. Ja, dann fang mal an, ne? Ja. Gib mir die Melodie! Look for the Gummibär Album in stores on November 13th with lots of music, videos and extras. Ich bin ein Gummibär. 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 Halt! Stopp! 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 Also Chantal, ein bisschen mehr mit Gefühl. Ja. Mit Gefühl. Ich hab das Gefühl, ein Eisklotz steht vor mir. Tut mir leid. Nochmal, nochmal. Bitte. Alles klar. Und... Musik ab! Videos! Mit. Amit. Es bin ein Gummibär. oh yeah Ich bin ein Gummibeer, ich bin ein Gummibeer. Gut, Chantal, super. Ja, also Chantal, was soll ich sagen? In den letzten 10 Jahren habe ich in keiner Staffel erlebt, dass wirklich jeder Ton getroffen wurde. Ich bin ja auch schon bei Dieter vertreten gewesen. Ja, ich muss schon sagen, es war schon in der ersten Klasse super toll. Das war so großartig. Das ist immer leichter, dass ich einen langen Schlafen habe. Ja, weil ich dann so ein bisschen recall. Danke, danke. Ich freue mich so sehr, was ich es geschafft habe. Ich bin euch so unendlich dankbar, was ich es geschafft habe. Und Dieter könnten wir vielleicht nochmal ein Foto machen. Ja, ich bin sehr Chantal. Folgt mir auf jeden Fall auf Twitter, Instagram, Snapchat, Musical.ly. Youtube heiße ich überall Chantal. Unterstrich, kleine Sau. Ich hab's geschafft. Ja, moin. Ich bin Mohamed. 25 Jahre alt. Come to Guy. Und ja, Leute. Ja, also ich hab euch so einen kleinen Rap geschrieben und den möchte ich euch gerne vorstellen und zeigen. Los. Jo, und dann kommt Silvia. Bist du richtig heiß, wo? Bereit? Jo. Ich bin Mohamed, das kleine Krokodil. Komm aus der Kai und davon wollte ich viel. Ich beiß in einen Dönereien. Und das, das find ich super geil. Schnie schnapp, Mohammed. Schnapp, schnapp, schnapp. Schnie schnapp, Mohammed. Schnapp, schnapp, schnapp. Schnapp, schnapp, schnapp. Was ist los, Dieter? Dieter, Silvi wollte mich schasen, ich bin Mohammed, Ali, Aisha, alle sagen, ich bin supertalent. Und ihr, ihr Deutschen wisst nicht, was gute Musik ist. Vielen Dank.